In Thomas Müllermann hier. Oh, harter Check mit der Schulter. Die Schiedsrichter diskutieren noch, wollen sie das auch nochmal anschauen in der Szene, also nach dem Check. Wenn sie auf den Schiedsrichter in der Ecke unten schauen, kann man drauf achten, hier ist der Check, Schulter. Und der Schiedsrichter hier zeigt an, guter Check mit der Schulter. Und das weiter weg ist, Entscheidung ist, ob es zum Kopf geht. Und ich denke, da ist die Schulter schon am Kopf.